Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gewinnspiel bei uns. Ich bin frisch von Star Stable zurückgekommen aus Schweden. Und Star Stable hat mir zwei Codes zum Verlosen mitgegeben. Da auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank ans Team. Es war echt toll. Solltet ihr mal vielleicht in den Stream reinschauen, hat super viel Spaß gemacht. Aber zurück zum Gewinnspiel. Einmal habe ich ein Code für einen Monat Star Rider mit 500 Star Coins und der andere ist für 500 Star Coins. Was ihr dafür tun müsst, um eine Chance zu haben, den Code zu gewinnen? Naja, schmeißt euch in Schale, macht mir ein schönes Bild aus Star Stable in eurem coolsten, schönsten, besten Outfit. Schickt mir das Ganze an seppgewinnspiel at gmx.de Die E-Mail-Adresse habe ich auch nochmal unten unter das Video gepackt. Bis spätestens Montagfrüh. Ich werde das Ganze dann auf Instagram zur Abstimmung reinstellen und dann werden die besten beiden jeweils einen der Codes gewinnen. Also macht fleißig Bilder, sucht euch tolle Outfits raus. Schickt sie mir an seppgewinnspiel at gmx.de Und da wünsche ich euch schon mal viel Glück dabei. Und natürlich wird es auch noch das Gewinnspiel für die Goodiebags geben. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten, denn wir werden jetzt einiges aus Star Stable für euch verlosen können. Außerdem habe ich natürlich noch jede Menge neue Infos, die ich aus Schweden mitgebracht habe. Also schaut rein und seid gespannt, was ich euch alles noch so erzählen kann, was euch in Zukunft in Star Stable erwartet. Ciao, ciao!